Heute für euch, was Bellatrix Lestrange zu einer der furchterregendsten Harry-Potter-Schurken aller Zeiten macht. Das und mehr, jetzt in diesem Video. Obwohl sie erst im vierten Buch und im fünften Harry-Potter-Film eingeführt wurde, hat sie sich zu einer der kultigsten Figuren des Franchises entwickelt. Auf den ersten Blick scheint Bellatrix eine rein böse, rachsüchtige Figur zu sein, die es genießt, unerbittlich sadistisch zu sein. Doch darunter zeigt Bellatrix durch kleine Momente und Macken, wie gerissen sie wirklich ist. Ihre Hingabe an Voldemort ist so stark, dass sie wie ein verknalltes Kind erscheint, was sie möglicherweise zu einem noch gefährlicheren und verrückteren Schurken als er selbst macht. Jeder Film der Harry-Potter-Reihe ist darin geschickt, Bösewichte zu erschaffen, die eine einprägsame Präsenz haben. Von Professor Quirrell über Barty Crouch Jr. bis hin zu Peter Pettyle sind alle auf ihre eigene Weise denkwürdig. Dann kommt der fünfte Film und wir sehen, wie die Liste der Schurken erweitert wird, als Voldemort beginnt, seine alte Armee von Todessern zu rekrutieren. Das neue Mitglied, das sich von den anderen abhebt, ist Bellatrix, die uns als Sirius' gestörte Cousine vorgestellt wird. Ihr erster Auftritt verrät alles, was man über sie wissen muss. In der schmutzigen, widerlichen Gefängniszelle, in der sie sitzt, leckt sie ihr Tattoo mit dem dunklen Mal ab. Sie ist eindeutig sowohl von einer Sache wild besessen, als auch von den üblichen Konventionen ungebunden. Nach ihrem Austausch aus dem Gefängnis von Azkaban jagt Bellatrix dem Publikum ein Schauer über den Rücken mit ihrem wahnsinnigen Lachen. Bellatrix ist endlich in der Lage, die Welt zu verwüsten, wie sie es sich so verzweifelt gewünscht hat. Dieser ziemlich abschreckende Auftakt von Bellatrix vermittelt ein Gefühl der Unberechenbarkeit und lässt das Publikum im Unklaren darüber, wozu sie fähig ist. Aber was auch immer sie tut, wir wissen, dass sie es mit Vergnügen tun wird. Das nächste Mal, wenn wir sie sehen, präsentiert sich eine voll ausgebildete Bellatrix, die genau weiß, welche Knöpfe sie drücken muss, damit die Leute tun, was sie will. Sie kann Menschen besser lesen, als fast jeder andere in der Harry Potter Filmreihe und das macht ihre Manipulationen noch viel erschreckender. Die Szene beginnt damit, dass Lucius versucht, Harry zu überzeugen, ihm zu geben, was er braucht. Aber Harry beißt mit seinen eigenen Drohungen zurück. Wenn du uns etwas antust, werde ich es zerbrechen. Eines der ersten Dinge, die Bellatrix tut, ist Harry auszulachen und zu fragen, wie es Neville's geistig behinderten Eltern geht. Sie verspottet sie wie ein Kind, das auf dem Schulhof einen Streit ansettelt. Wie geht es Mom und Dad? Wir hören und sehen während des folgenden Kampfes lachen, der darin gipfelt, dass Sirius Black mühelos getötet wird von ihr. Das Lächeln, das sie bekommt, wenn sie die einzige Familie tötet, die Harry hat, ist eiskalt. Sie genießt seine Qualen, aber es ist mehr als das. Die Art und Weise, wie Bellatrix danach zu lachen beginnt, lässt darauf schließen, dass sie es für Harrys Aufmerksamkeit tut, um ihn zu irrationalem Verhalten zu bewegen. Ich habe Sirius Black getötet. Sie kann Menschen wahrscheinlich besser lesen als jeder andere außer Elvis Dumbledore. Und jeden Moment, den sie mit jemandem verbringt, sucht sie nach dem besten Weg, in deren Köpfe einzudringen. Das ist ihre wahre Magie. Sie zerreißt Menschen mehr von innen als von außen. Von Pettigrew über Crouch bis hin zu Lucius Malfoy scheinen sie alle in gewisser Weise irgendwie nutzlos zu sein, wenn Voldemort nicht da ist. Sie wirken fast verloren, wenn ihre Pläne gescheitert sind, ohne dass Voldemort ihnen aus der Patsche geholfen hat. Aber Bellatrix ist in der Lage, spontan zu denken. Sie gibt nicht so leicht auf und fährt fort, jede Situation zu lesen, um ihren besten Zug zu finden. Im Kampf in der Mysteriumsabteilung sind es nicht Lucius Worte, die sich in Harrys Kopf festsetzen. Es sind Bellatrix Handlungen und Harrys Wahrnehmung davon, die ihn dazu bringen, unvorsichtig zu werden. Sie nutzt diese Wahrnehmung des Wahnsinns zu ihrem Vorteil und untergräbt sowohl Helden als auch Schurken gleichermaßen, wo immer sie kann. Das beste Beispiel dafür ist ihre Eröffnungsszene im Halbwirtprinzen. Sie und Narcissa Malfoy besuchen Snapes Haus, um ihn zu überreden, auf Draco aufzupassen, während er versucht, Dumbledore zu töten. Sofort beginnt Bellatrix, die Umgebung zu untersuchen, sucht nach Hinweisen und nutzt alles, um den Raum zu erkunden. Hey, leg das weg, Bella. Wir dürfen nichts anfassen, was uns nicht gehört. Dann stellt sie in Frage, warum Voldemort Snape überhaupt traut. Trotzdem bleibt er standhaft. Sie ist nervös und sucht nach einem Weg, Dumbledores Tod sicherzustellen. Als Snape dann sagt, er könnte Draco vielleicht helfen, sieht sie ihre Chance. Wenn er wirklich engagiert ist, warum sollte er nicht sein eigenes Leben darauf verwetten? Das macht Snape sicherlich nervös, denn seine Tarnung als Spion für Dumbledore könnte auffliegen und Bellatrix erkennt das. Sie beginnt sich wie eine Schlange, um ihn herumzuwickeln und versucht, ihn dazu zu bringen, etwas zu versprechen, was er nur zögernd tut. Snape weiß, wenn er es nicht tut, würde er vor den Todessern schwach dastehen. Es würde sich herumsprechen und seine Loyalität würde von Voldemort selbst in Frage gestellt werden. Also legte er den unbrechbaren Schwur ab. Im allerletzten Moment der Szene stößt Snape einen Säufzer aus und Bellatrix lächelt, weil sie weiß, dass sie gewonnen hat und Snape verloren hat. Das ist eine klassische Manipulationstechnik. Sie verschieben die Grenzen dessen, was für Snape akzeptabel ist und spielen mit Angst und Unsicherheiten, um ihn zu einer Handlung zu zwingen, die er nicht tun will. Ihr Mangel an Zurückhaltung und Manipulation kommt teilweise von einem echten Gefühl des Anspruchs. Sie engagiert sich voll und ganz für Voldemorts Machtbestreben. Schimpft mit Leuten wie Harry, wenn er den Namen mit unreinem Blut auch nur erwähnt. Du dreckiges Halbblut. Sie stellt sich sogar über seine Gefolgsleute. Bellatrix denkt, sie sei besser als alle anderen und dass sie die treueste ist, weil sie 14 Jahre lang im Gefängnis für ihn saß. Sie wird im Wesentlichen durch ihre Vergötterung von Voldemort kontrolliert. Beobachte mal, wie sie jedes Mal zurückschreckt, wenn Voldemort spricht. Sie ist jedes Mal extrem entschuldigend, wenn sie etwas vorschlägt, das Voldemort ablehnt. Sie will alles tun, um sich von den anderen Anhängern abzuheben, denn ihrer Meinung nach ist keiner von ihnen Voldemort so sehr zugetan wie sie und sie muss ihm das nur mal klar machen. Es gibt buchstäblich keine Grenzen für die Dinge, die sie tun würde, um den Willen des dunklen Lords zu erfüllen. Im Malfoy-Anwesen in Die Heiligtümer des Todes Teil 1 sehen wir, wie sehr verzweifelt sie versucht, Draco dazu zu bringen, zu bestätigen, dass Harry in Wirklichkeit Harry ist. Sie ist nicht mehr so beherrscht wie in früheren Szenen. Jetzt, wo Voldemort im Grunde seit einem Jahr wieder an der Macht ist, ist sie für ihn nicht mehr etwas Besonderes. Ihre ganze Identität als treueste Anhängerin Voldemorts, diejenige, die er am meisten mag und der er am meisten vertraut, löst sich auf. Ohne diese Position hat sie das Gefühl, keine Identität zu haben, nichts, wofür es sich zu leben lohnt. Sie möchte so gerne etwas tun, um ihn zu beeindrucken, dass sie bereit ist, alles zu tun, um diese Position zurückzubekommen. Fast während ihrer gesamten Szenen in Die Heiligtümer des Todes Teil 2 hat sie sich nur damit abgefunden, hinter Voldemort zu kauern, zu fragen, ob es ihm gut geht und nur zu lachen, wenn er lacht. Im Verlauf der Saga löst sie sich mehr und mehr auf, so verzweifelt auf der Suche nach Voldemorts Aufmerksamkeit. Selbst während seiner Rede, nachdem Harry gestorben ist, platziert sie sich auf ein Podest direkt neben ihm. Im Grunde genommen sagt sie, schaut mich an, ich bin genau wie ihr. Sie muss mit so viel Ablehnung von dem Mann umgehen, den sie am meisten liebt. Tief im Inneren weiß sie, dass sie ihn nicht dazu bringen kann, sie so zu lieben, wie sie ihn liebt, was sie dazu veranlasst, so vielen anderen wie möglich Schmerz zuzufügen. Das ist das Einzige, was sie kann und sie muss einfach darauf hoffen, dass das früher oder später passiert, dass Voldemort es bemerkt und sie dafür schätzt. In ihrem verzweifelten Versuch, seine Aufmerksamkeit zu erlangen, verliert sie schließlich das, was sie zur größten Schurkin macht und das führt zu ihrem unausweichlichen Untergang. Bellatrix ist in vielerlei Hinsicht wirklich wie ein egoistisches, grausames Kind, mit dem einzigen Wunsch, einen Jungen zu beeindrucken, den sie mag, ohne über die Konsequenzen ihres Handelns nachzudenken. Sie findet ein perverses Vergnügen am Leid derer, die sie für minderwertig hält. Wie kannst du es wagen, dich deinen Herren zu widersetzen? Voldemort ist alles, was sie in ihrer Kindheit vergöttert hat und das hat dazu geführt, dass sie nicht wirklich aus ihrer kindlichen Denkweise herausgewachsen ist. Es ist nicht so sehr, dass sie nicht denkt, dass ihre Handlungen falsch sind, sondern dass es ihr gleichgültig ist. Sie genießt ihre Taten und es ist ihr alles egal und genau das macht sie so unberechenbar und so gefährlich. Und das war's mit diesem Video. Wenn ich etwas vergessen haben sollte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen. Bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.